wir müssen aufpassen weil die auf der mauer auf der mauer rechts schießt aber noch nicht schießt noch nicht macht den marken den machst du easy weg geil geil ich muss auf die falle da ist noch einer an der mauer ich gehe ran du geiler typ das war ein bodytap der kann nicht voll live gewesen